Willkommen zu einem neuen Let's Play Splatoon Online wir spielen heute mit dem Medusa Klecks Roller und wir spielen Rangkampf diese Herrschaft Rangkampf gerade Hallo ja klar der Typ stoppt natürlich nicht mit seinem Roller ja jetzt ist auch gut das ist natürlich gut der hat auch was doch das ist das ist Oh, 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 oh. da hat mich schilders und die macht nichts mehr es ist jederzeit und hat den in unserem Bereich ja ich denke Koschino ist ein bisschen mehr schlafen und hab dich mitgenommen ha ha kruzvoller den anderen aus die sterben müssen dieser leo das kann nicht sein fahrrad leute Vorsicht BAM! Und jetzt mal hinten und dann kellen. Das ist richtig. BAM! Kontentfernung. Körnung. Hopp! Oh! klar auf die kinder ist wichtig dauersteiner wir sind sofort aufhalten nachgucken sehr wichtig weil wir sind zu dritt die Erschöpfung und das ist mir egal ich war nur zum Ablenken oder Kämpfe ist schon noch zu zweit wenn die noch zu zweit mit Pusheen sind dann ist es echt unfair das ist zu viel machen das ist ein Problem Pum wo bist du Futsche jemand ist ja noch nicht mehr sein zu verlob ha ha sehr schön um 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 Leute, Hilfe! Alter, wir haben nice gewonnen und die Runde hat leider fünf Minuten gedauert. Aber hoffentlich können wir jetzt noch schnell waschen können. Könnte ich noch zwei, drei Runden noch dazuhängen und sehen uns nach einem kurzen Cut. Willkommen zurück und ja, wir sind immer noch auf dem gleichen Map und im gleichen Modus. Und ich habe in der ersten Runde mit dem Medusa-Crack-Roller 21 Kills gemacht. Das heißt, ich habe meinen Carbon-Roller, Carbon-Roller-Dings, den Carbon-Roller-Dings schon mal 21 Kills. Und jetzt habe ich das einmal mit der Waffe geschafft. BAM! Gleich erster, gleich zweiter. Das ist ja für die Palette hier. Ich hab' den hier eineLob aus agiert. Ich hab' den weitere Farben gehen, ich weiß, das ist wohl in Rennen. U.S. Und jetzt? Oh, ich texte deine Finger brauche das Sound нажmy Educerspenn神 ziemlich gib. Danke. Du hast doch gesagt, du machst... den Zähler oh wie wir die Störung war nein ich bin leider auch noch gestorben aber ich habe ihn mit ich habe Mathieu mitgenommen Alter wir räumen so richtig auf ich Puschido und Dad und die Lande und so lag es okay da nö so starten Rüplik kurzer welchen Zähler und jetzt schon hey Kollege pass auf die Schwestern da nein 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 BAM komm K.O. 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 nein ja mein Kind mein Tod hat sich gelohnt ich habe diesmal aber nicht 21 Kils zu mir sicher das wäre ja das wäre ja Gottmacht wir halten wir so viel so viel 21 Kils ne diesmal leider nur 11 Kils weil ihr geht mal so schlecht worden und sehen uns nach einem kurzen Cut hat wir kommt zurück und der eine der die wir wurden die ich zweimal im Team hat es rausgegangen und das ist die letzte Runde oh zweit entferne Waffen Typen und das ist geil mit Puschido und jetzt kann ich auch eigentlich mir ist egal was jetzt passiert weil wenn mein Team stark kämpft trotzdem stark auftritt ist Alter BAM BAM Alter jetzt habe ich nichts mehr für eingesetzt keine Ahnung warum ich hätte ihn behalten sollen ich hätte ihn behalten sollen das ist wirklich ein Tömer war natürlich immer kein DESTROY ah die haben ja unten Stuhl 10 und die haben keinen Nachteil also wir können damit umgehen und halt drauf an dann pass auf Boah 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 Doppelkelle und dann wurde ich von Patrice leider gekillt aber ja ich kann ja nicht alles überleben wisst ihr ja was wir einfärmen den Ferne äh den Ferne äh den Ferne äh den Ferne was geht denn da ab die halten auch ohne mich die save die Baseweiger hoffentlich hoffentlich oh oh ich kann nicht so weit die letzte äh ah jetzt schon doch mach ich bin noch Fisch oh oh ey toll das ist ja die beste lange halten also das schaffen wir schon das machen wir schon die wenn die 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 und gewonnen ko sieg dann sage ich tschau leute